Der Nationalpark Terdab ist ein Nationalpark in Serbien und die größte Flussklippenlandschaft Europas. Er erstreckt sich entlang der Donau und der Grenze zu Rumänien, von der Stadt Golubak bis zur Kleingemeinde Tekia. Über eine Länge von 100 Kilometer und über eine Fläche von 63.680 Hektar die Donau durchbricht hier die südwestlichen Karpaten. Der größte Teil dieses Nationalparks und riesigen Naturreservats liegt im serbischen Bezirk Bohr und ein kleiner Teil im Bezirk Branicevo. Das einzigartige an diesem Park sind die riesigen Schluchten und Pässe, durch die die Donau fließt, die zu den größten in ganz Europa zählen. Terdab Skagli-Schore wird der größte Pass bezeichnet, der gleichzeitig auch der größte Europas ist. Dieser Pass besteht wiederum aus vier verschiedenen Furchen, die einzeln durch Schluchten getrennt sind. Gospodin V.I.R. hat mit 82 Metern eine der größten Flusstiefen der ganzen Welt. Die Klippen des Canyons Kazan sind über 300 Meter hoch, während das Flussbett in diesem Teil auf 150 Meter verengt wird. Das gesamte Gebiet des Nationalparks zeichnet sich durch eine große Tier- und Pflanzenvielfalt. Historische Monumente und archäologische Funde aus der Nationalpark umfasst auch den Stausee des Eisernen Tores. Am Kazan zwischen den Städten Orsova und Donjimil-Anovak wird die Donau auf 200 Meter Breite und 80 Meter Tiefe eingeengt. Auf beiden Seiten der Donau wurden Naturschutzgebiete eingerichtet, in Serbien der Nationalpark Teadab. Auf der rumänischen Seite der Naturpark Eisernes Dor. Ziel ist es ein grenzüberschreitendes Biosphärenreservat als Teil der künftigen Euro-Region Donauraum zu schaffen. Die Tertiäre Flora und Fauna machen ihn zu einem einzigartigen Naturreservat mit über 1100 Pflanzenarten und Tieren wie Braunbeeren, Luchsen, Wölfen, Goldschakalen, Schwarzstörchen, einigen Eulenarten und anderen seltenen Tieren. Lepen-Ski-Vir, Tabula Traiana und die von Apollodor von Damaskus errichtete Brücke sind einige der bedeutendsten archäologischen Funde. Sie stehen unter strengem gesetzlichen Schutz. Lepen-Ski-Vir ist über 8000 Jahre alt und gibt Aufschluss über die früheren Einwohner und Siedlungen in diesem Gebiet. Golubaki-Grad und Kladovo sind mittelalterliche Klöster und ein wichtiges kulturelles Erbe. Es gibt lizenzierte Herbergen, die Touren zu den kulturellen und natürlichen Denkmälern des Parks sowie zum Kraftwerksstaudamm anbieten. Der Tourismus in dieser Region entwickelt sich zunehmend. Die Verwaltungsbehörde des Parks hat ihren Sitz in der nahegelegenen Stadt Donjimil-Anovak.